Alter, tatsächlich, 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 Alter, ich werd weich. Ich werd ja weich. Zack, und... Da isser, der Aal. Der Aal, Algen. Ja, isset den wahr, Alter. Da ballert er wieder rein, der olle Aal. Und ich bin, ich hab hier grad noch gedacht, komm Alter, mit dem Setup bin ich hier viel zu fett unterwegs. Guck dir mal das Setup an, worauf jetzt der Aal gegangen ist. Ich hatte gerade noch eine Einstellung gehabt, zuletzt noch beim Weißlachsangeln hatte ich das Set verwendet. Hatte also hier schön die fetten 1.0er Haken drauf, 31 Kilo Vorfach, zack, einfach nur mal eben den Frosch reingeschmissen, umgeändert, Frosch drauf und raus. Und jetzt hab ich gerade gedacht, komm, gehst vielleicht doch mal lieber ein bisschen feiner rein. Auf dem 1er Haken, Füroch und dann hier, auch das Blei ist komplett verkehrt. Hier könnte man ein braunes, dunkles, braunes Blei nehmen. Ich glaub, das ist alles shitty gall. Ich glaub, es ist alles komplett egal. Egal, ich denke, Aal und ich hatte auch die Aal Trophy schon auf 31 Kilo Vorfach gefangen. Rein damit, rein damit mit dem Frosch und dann wieder Attacke Vollgas auf Aal. Was natürlich jetzt noch interessant ist, ich werde noch versuchen, andere Köder zu testen. Denn die ganze Zeit hier mit dem teuren Frosch hier rum zu angeln auf dem Aal, ist natürlich auch ein Hammer, ne? Ich mein, Frosch, den musst du halt erstmal kriegen. Und das wär halt super geil, wenn der hier auch vielleicht auf den Kaulbarsch geht oder sowas. Das wär doch mal super. Aber das werde ich in jedem Fall auch nochmal ein bisschen testen. Oder ich teste es einfach jetzt. Könnte ich eigentlich auch direkt machen, ne? Ich mein, Aal auf Frosch klappt. Ich stehe hier nicht lange, bin gerade hier hin. Also ich würde sagen, so um halb eins eingeloggt. Sofort hier hin, ausprobiert. Ich teste das jetzt mal. Ich mach jetzt hier, aber auch hier ein bisschen feiner. Keine Ahnung, 19 Kilo Vorfach, Einserhaken und hatte ich nicht noch Kaulbarsche? Hier, guck mal, Kaulbarsche. Saftiger Kaulbarsch dran. Gebe ihm 8 Meter, geklippt und raus damit. So, was haben wir noch? Andere Route ändern wir auch direkt ab. Erste hat ja geliefert und dann machen wir auch hier den Frosch ab. Und machen eine gammelige Laube dran, oder? Ja, ich mach eine gammelige Laube dran. So, jetzt haben wir doch mal den Test. Jetzt haben wir den Gammelfisch. Zack. Wir haben den Füroch. Auf 1,0. Und wir haben den Kaulbarsch. Und das wäre jetzt der Hammer, wenn sowohl Kaulbarsch als auch Gammelfisch funktionieren würde. Wäre mega geil. Abwarten und testen. Tja, wir haben es gleich. 5 Uhr morgens. Ich gebe die Hoffnung natürlich noch nicht auf. Ich habe, wie gesagt, jetzt nachts, mitten in der Nacht, mich halt hingehockt. Ein Vieh direkt gefangen. Bin also erstmal schon mal ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Es kann immer noch was passieren, wenn ich mir so anschaue, woher ich den Spot habe. Ich habe eben Discord natürlich reingeguckt, im Feierabend-Discord, Link unterm Video. Da hat Horsey, hat da den Spot gepostet und meinte, ja, hier läuft ja gar nicht schlecht. Auch mit dem Füroch auf dem Einserhaken groß. Und genau hier an der Stelle hat 1, 2, 3, 4 Aale gefangen. Zwischen 1,6 und 3,7 Kilo in der Nacht. Also das hat richtig gerasselt. Also in 28 Minuten oder 24 Minuten diese 4 schönen Aale gefangen. An dieser besagten Stelle. Ich mache nochmal eben die Map auf. Übrigens auch eine super Stelle, wenn man hier den Tag über dann verweilt und in der nächsten Nacht dann wieder auf Aal geht, kann man hier natürlich auch immer mal versuchen auf Schleie zum Beispiel zu gehen. Das heißt hier einfach auch in diesem Bereich auswerfen. Ich habe jetzt für den Aal gerade 8 Meter weit geklippt. Allerdings auch für Schleie und Co. kann man auch gerne so weit klippen. 8, vielleicht 9 Meter. Und dann hier mit Käse oder auch mit Honigteig einfach mal probieren. Uffpasse, hier können natürlich auch wieder Amure oder Karpfen mit reinballern. Ja, aber nichtsdestotrotz spannende Stelle. Eine klassische Stelle. Man kann es auch mal gegenüber versuchen. Auch in dieser Area durchaus immer mal wieder Aale anzutreffen. Ich bin gespannt. Ich werde das jetzt nochmal ein bisschen länger testen. Speziell auch hier mit den anderen Köderfischen. Also einmal den vergammelten Köderfisch. Einmal natürlich mit dem Furoche. Und zum anderen mal mit dem Kaulbarsch. Ob das nicht auch funktioniert, wäre doch richtig nice. Denn Kaulbarsch kann man ja super geil als Köderfisch auch in einer richtig guten Frequenz ranziehen. Ja, apropos ranziehen. Ich werde mich hier gleich auch nochmal ran machen am Tag. Mit der kleinen Bollo oder mit der Stippe auf Furoche. Das heißt, auch hier werde ich mal testen, ob der Frosch lüppt. Immer schön in der Nähe von den Seerosen. Immer flach. Also ruhig einen kleinen Haken nehmen. Ich würde mal sagen, so vielleicht im 20er Bereich. Und dann mit einer Fliege. Flach. 17 Zentimeter Tiefe ist, glaube ich, das Minimum. Und dann immer schön da, wo die Seerosen sind. Also entweder teste ich das hier. Wenn hier nichts geht, husche ich dann direkt mal durch in den Fuß hier unten. In die Spitze rein. Hier ist ja alles voll verschlonzt und grün und alles voller Seerosen. Da klappt es bestimmt auch. Und sollte da nichts gehen. Einloggen, ausloggen. Dann startet man wieder hier in der City. Und dann hole ich mir hier. Ne, hier ist es. In dem Bereich sind auch nochmal Seerosen. Auch nochmal eine Chance auf Frosch. Also Frosch sollte man da hinkriegen. Ich werde allerdings jetzt hier noch ein bisschen länger warten. Also auch mit diesem Setup, so wie es ist. Aal kann auch durchaus mal so bis 10 Uhr ungefähr mal mit reinballern. Auch ruhig mal später. Passiert immer mal wieder. Aber das ist so die Primetime. Und ihr müsst ja auch immer dran denken, ab einer gewissen Uhrzeit besteht die Gefahr, dass auch der Hecht reinballert. Heißt also, wenn man hier mit Frosch und Köderfisch-Montage reingeht, dann ist das natürlich übelst gefährlich. Ruhig ein etwas dickeres Vorfach nehmen, weil eben sonst der Hecht das Vorfach einfach durchbeißt. Also da wäre jetzt so ein 31er Vorfach für die normalen Hechte hier schon an dem Gewässer ziemlich sicher. Links und rechts habe ich jetzt so irgendwie 15 oder 19 Kilo. Das könnte schon ein bisschen kritisch werden. Ja, 15 Kilo Vorfach, wenn da ein 7,5er Hecht drauf geht, kann er das schon mal durchaus durchbeißen. Ansonsten, wenn ihr hier natürlich euch hinstellt und es probiert mit Tauwurm oder mit Fischfetzen, kann das natürlich auch funktionieren. Und immer dran denken, einer der Universal-Köder, wenn ihr jetzt vielleicht gerade im Level-Bereich seid, wo ihr noch lange nicht irgendwie das richtige Set habt, um solche dicken Dinger zu angeln. Oder ihr habt noch nicht mal die Skill-Punkte, um das alles zu machen hier. Ihr könnt auch mit einem Low-Level-Account, also gerade vielleicht Level 12, Level 13, Level 14, hier an der Stelle einfach mal mit einem Mistwurm angeln. Vierer-Haken, Einser-Haken, Mistwurm, wenn ihr dann zum Beispiel das Fieder-Starter-Set habt, auch hier einfach mal hinstellen, Clip einstellen auf 8 Meter, 9 Meter und genau so hier in diese Richtung werfen. Und dann könnt ihr hier tatsächlich auch 24-7 stehen, also die ganze Zeit durchziehen. Hier geht einiges halt eben auch immer gut auf Mistwurm und als Beifang hat man vielleicht dann auch mal das Glück auf den Aal in der Nacht. Der pusht dann nochmal so richtig, deutlich effektiver so zu angeln, als nur so wie ich jetzt hier angle. Ich habe jetzt quasi gleich eine halbe Stunde, naja noch nicht ganz, aber bald eine halbe Stunde dann hier verbracht, habe einen Fisch gefangen, bekomme also keine Skillpunkte mehr, bekomme kaum Kohle dafür und es lohnt sich eigentlich gar nicht. Also gerade für Low-Level-Angler Katastrophe Aalangeln, wenn ihr nur so jetzt hier steht wie ich, bringt es das überhaupt nicht. Lieber Aal als Beifang sehen, also das Set so ausrichten, dass ihr die Chance habt auf einen Aal, aber eben auch eine viel größere Chance habt, kontinuierlich andere Fische noch auszuziehen. Also ich teste jetzt hier noch ein bisschen weiter, ich denke nicht, dass jetzt hier noch viel passieren wird, wenn doch, hänge ich das natürlich gleich nochmal eben mit dran hier. Petri ihr Lümmels, wenn es dir geholfen hat, gern den Kanal abonnieren und einen Daumen da lassen, dass du auch das nächste Video nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.